In luftiger Höhe, Pinkel und Kacknot im Riesenrad Charlotte und Julius begegnen sich in der Gondel des Riesenrads zum ersten Mal. Beide ahnen nicht, wie furchtbar nötig der jeweils andere zur Toilette muss, bis es bei einem unerwartet langen Stopp des Fahrgeschäfts offensichtlich wird. Ein peinliches Erlebnis, das die Leidensgenossen auf ewig miteinander teilern werden. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr